hey ho leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute spiele ich sind die kate games gegen nun an hallo guten tag ich wünsche euch einen guten tag hallo hallo und wir sind hier in unserer küche und spielen hier gerade auch wir wollten nämlich gerade was kochen wir haben nämlich hier eigentlich eine küchenshow vorbereitet aber irgendwie ist der kekse jetzt angekommen wollte syndicate games spielen also ich hatte einen ganz anderen tagesablauf aber naja okay komm jetzt wir gehen jetzt ja ich kann nicht stellen oder du tischst mich ich challenge dich ja und das ist gerade das erste mal dass ich mit open broadcast aufnehmen und muss mal hinschreiben geil das ist okay an equipped oder equipped an equipped okay welche map ich wähle ist egal mit augen zu aus die hier mit augen zu winter wer läuft der kiste man das hat jeder gg einfach das hat jene doch gar kein schwert drin und gar kein gar keinen eisenmutzpanzer ist doch gut jetzt soll nicht man das habe ich überhaupt gar kein bogen drin immer wenn du hungrig bist wirst du zu die man da ist auch schon ach nein ich will nicht so sie sind mani nun an silmani nun an salami ja nun an salami mit am apparat ich habe mir vorgestellt ich jetzt zu töten darf ich das eigentlich darf das entspricht es nicht an vorstellungen aber ich hab dir irgendwo war auch was gegen ich weiß nicht aber so gut oh jetzt habe ich aber gewonnen und habe gesehen hast du ein dia schwert ja ja das hat doch eigentlich jeder hier am ansfall direkt ja irgendwie wenn man equipped macht dann hat man auch das nee dann haben wir eigentlich schlechtere sachen und wenn man dia schwert also wenn man hacks hat dann dann bist du ein hacker und mit dir schon direkt verzaubern mit schärfe drei oh nein schuss von der seite trägst du auch wo ich habe auf drei enchanted aua aua warum macht das so viel damage jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich kann wohl sein aber ich gehe jetzt doch das kann ich du kannst du mir nicht antun wo bist du nein oh gut oh nee oh danke für die ganzen pfeile habe ich gerne gemacht habe ich gerne gemacht aha du hast dir ins haus gezogen ich weiß es doch scheiße ich komme scheiße scheiße warum warum gehst du jetzt zu mir oh nee ich hab dich oh aua du tust mir weh ich esse erst mal genüsslich vitamine und wie anders sagen würden vitamine vitamine oder wie anders sagen würden amphetamine nimmst du das eine ganz böse sicher okay wer nicht weiß weiß was amphetamine sind oh mein gott ich hatte heute ein nicht referat wir hatten uns so ja doch es waren schon referat über drogen gemacht ich hatte natürlich lsd super passt perfekt willst du immer willst du immer auf 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 hochhäuser und willst dann und dann sagst du ja ich kann fliegen oder springst du runter und dann denkst du kannst fliegen aber kannst du nicht fliegen manchmal kann ich fliegen ich habe das schon öfters ausprobiert zum beispiel wenn ich game mode 1 eingebe real life problem oder wenn ich beziehungsweise wenn ich extra habe das ich aber nie habe ja nun dann hackt immer weil ich so ein youtube-butts bin oh nein nun dann hackt in aufnahmen es gibt ja ein typ auf youtube der spiel pvp mit text und dann seine seine folgen so ist irgendwie lustig dass du auch noch den titel schreibt ist wirklich lustig pvp mit text aber ja aber da finde ich schon wieder lustig gibt es nicht solche leute die auch so hacker reports oder so machen die man sogar kaufen kann bei den wie ja die die gibt es auf youtube also diesen einen typ kennen ja den einen großen youtuber ja genau hacker reports mal also fake reports nehmen manche so rechtlich also zum beispiel wenn da ungespielt oder krank ist dann wisst ihr die denken dann dann ist es natürlich ganz normal ist weiß ja jeder bist du kommst du mal zu mir ich bin die ganze in der mitte und will mich hier battle aber nein ich habe kein richtiges essen mehr kackt die ganze zeit so halb rum ja oh mein gott hallo ich habe die bogenskills ja hast du auch schöne schöne hex du hast doch hex man ich hab die hex in mir jetzt so ein lied von sich skill.exe skill.exe den herr kenne ich noch gar nicht und jetzt hab ich dich tschau kicksteady bäm voll daneben ich voll trottel kann ich nur unterschreiben au 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 oh das war easy cool jetzt hab ich dich tschüss kicksteady nein tschüss kicksteady nein 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 ich will doch nicht sterben Leute bitte jetzt mach mal Mathe jetzt mach mal aber Mathe jetzt mach mal Mathe ja ok Mathe kann ich Leute das ist doch wichtig Leute biete Leute wo ist er hin wo ist er hin nein oh mein gott ok ich hatte ich hatte kurz meine Orientierung verloren wie viel hattest du noch am Schluss an Herzen vier ja guck mal du hattest mich zweimal auf anderthalb Herzen runter geschossen ja ok noch eine Runde komm ok noch eine wo bist du wir sind nicht in der gleichen Lobby geht aber gar nicht man ich bin in Lobby 3 komm du auch mal bin ich aber ich seh dich nicht was ex ich bin in 3 2 1 so und da sind wir wieder und ähm und ich challenge dich jetzt mach doch jetzt machen wir diesmal equipped ok equipped ja ok auf der Map das hier cavern 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 alter cavern ich weiß nicht was ich machen soll was ich kann nicht mal das öffnen wie geht es slash equipment warum geht es nicht so ach so ja schon oh ne ich bin zu dumm um das einzugeben ja hoffentlich dann gewinne ich was äh so ja ok ich hab's eh schon gut gemacht ha perfekt ha perfekt du ich hol mir jetzt keine Kisten mehr du bist ja auch ein elendiger Hacker sehen wir jetzt aber sehen wir immer also wer ihn nicht kennt der hackt ich bin der Nünni Bünni und hackt zum Beispiel bei The One ne wären wir auch gar nicht weiter gekommen ganz klarer Hack von Nünni Bünni und dann läuft das ganze nein Spazili oh mein Gott oh da schöner Blockhit du bist so ein dummer Junge immer mit deinem Kack Blockhitten Blockhit Blockhit kann man Blockhit ist in klein in so engen Räumen ist es gut Blockhit da kriegst du fast keinen Schaden mehr das ist voll OP ja und und Blockhit ist ein Video auf dem Arsch du bist ok komm noch ne Runde ja noch eine eine schaffen wir jetzt noch weil die so kurz war ok unequipped Desert Town Desert Town ah die kenn ich sogar wenn ich jetzt 3-0 verliere dann nehm ich diese Aufnahme nicht ich bin arrogant Arrogant lass mich also gewinnen ok oh nein ich muss doch meine meine ich muss doch äh ich hab den Hack ich hab den Hack äh Developern hab ich hab ich versprochen dass ich den Hack gut promote und damit dass ich dann immer gewinne damit ja das verstehe ich ja ok ja dann krieg ich da ein bisschen Geld wenigstens ab ja ok gut ja ok gut oh ne da ist ja ich ok er kommt von hinten ja ich komm von hinten ich seh dich ich seh dich zackstückel dich zackstückel mich ja kennst du den zackstückel oder so von den zackstückelnden oh ne warte den zackstückelnden 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 spongebob regiert ja auch hier oder den zackstückelnden oder den zackstückelnden oder den zackstückelnden den zackstückelnden so ist es und den 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 quetschtüten den zer der fleischten zerhackstückelnden oder irgendwas es gibt auch noch den quetschtüten Würger oder so und den Frederik Thorsten Konstantin Fre Pellegrino ähm hast du vergessen Thorsten ich hab einen Diamant hatte ich noch nie du bist heftig in meinem ganzen Leben du hast auch noch nicht so viel Minecraft gespielt hab ich recht ja ist dein erstes mal ne heute feier ich feier ich ha ha nein da hab ich dich wieder da hab ich dich wieder du Aal oh da ist ein oh du Arsch nein was war denn das eigentlich ein Schneeball ein einfacher Schneeball so es war nix besonderes oh sogar meine Eisenhose verzaubert du bist zeig ich block hätte ich noch nicht mal oh nein was ich hab gewonnen jawohl ja wie viel hattest du jetzt noch ähm sieben Hacker okay das war's jetzt mit den Loser Folgen von mir und du bist schlecht nein doch irgendwie war ich gerade echt schlicht sag ich nur ja Team Eisenkeks ähm wird auch Team Eisenkeks steht halt ich mach jetzt ne Ansage Gaming Buki Zatani wir äh Hunde wir kämpfen gegen euch wir zerstoßen euch nein genau wir zerstoßen euch also bis zum nächsten Mal Gaming Buki ist gut bis zum nächsten Mal hau rein ciao ciao ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020